So, was haben wir hier? Boah, sieht aus, als will er den haben, ja. Ich frage es, ob der Rot bekommt. Das finde ich echt schwierig. Ich sage, er hat auf jeden Fall Elfmeter gepfiffen, aber findest du, ist es Elfmeter? Der tut schon alles dafür, ihn nicht zu berühren, also der Kübler ist dafür. Ja, genau. Er tut alles dafür, dass der berührt wird. Er nimmt die Hacken hoch. Dass der berührt wird und er wird nur am Ende berührt, so rechts außen. Und eigentlich fällt er vorher. Also, Entscheidung war Elfmeter und Rot und ich sage, kein Elfmeter. Ja, ich würde auch sagen, kein Elfmeter. Für mich persönlich, aber. Hier entscheidet der Schiedsrichter auf weiterspielen, da es sich um kein Foulspiel handelt.